Ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge FromDust. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und haben in der letzten Folge ein paar Brände gelöscht, weil wir sind in einem Gebiet gelandet, in dem es flammende Bäume gibt oder wie auch immer man das nennen möchte, Feuerbäume. Und wir waren gerade dabei, dieses Dorf einfach zu nehmen und woanders hin zu platzieren. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders im Prinzip. Und da oben wird es natürlich viel, viel sicherer sein. Da sind keine Feuerbäume, da ist zwar ein Wasserbaum, was ganz nett ist, aber die tun ja nichts. Also ich möchte auf jeden Fall lieber mein Dorf überschwemmt haben, als in Flammen zu stehen. Also da muss man ja auch schon mal ehrlich sein. So jetzt ist natürlich die Frage, bleibt dieses Dorf hier unten trotzdem bestehen oder wird sich das dann neu aufbauen? Weil ich habe das Gefühl, das müsste sich doch eigentlich, wir haben das ja genommen, das Bestehende und dort oben hingesetzt. Dementsprechend sollte das ja normalerweise das andere hier unten verschwinden. Zu meinem Vorteil, weil da oben kommt, wie gesagt, kein Feuer hin, was ganz gut ist. So, dann steht es auch schon und das andere ist tatsächlich weg. Okay, ja Leute, ihr müsst da ausziehen, tut mir leid, ihr kommt. Aber was heißt, tut mir leid, ne? Da oben sind die viel sicherer, das ist ein besserer Ort. Was soll man da schon zu sagen? Okay, das Dorf hier oben, das würde ich tatsächlich sogar zuletzt verschieben. Einfach aus dem Grund, ne, da ist nur ein Feuerbaum, der kann ganz gut gelöscht werden, indem wir einfach eine riesige Parade an irgendwelchen Wasserbäumen... Sag mal, wir können ja zum Beispiel noch einen nehmen und dahin platzieren, das sollte normalerweise eigentlich kein Problem darstellen. Guck mal, jetzt stehen da vier Wasserbäume. Wenn dann Feuer ausbricht, sollte uns das nicht erreichen. Hier unten ist ja auch noch ein Wasserbaum. Äh, Feuerbaum meine ich, sorry. Ähm, also Wasserbaum auch, aber Feuerbaum auch, wie auch immer. Und den wollte ich ja normalerweise mal versuchen, einfach ins Wasser zu drücken. Weil der verschiebt sich nämlich ab und zu immer mal wieder. Das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so leicht, wie ich es mir vorstelle, dass man den einfach mal so ins Wasser schieben kann. Naja, ist der Baum hier eigentlich abgestorben? Hm. Weil der macht nichts mehr. Der hätten wir uns ja gar nicht weiter bewegen müssen, ne? Wenn der Baum jetzt hier abgestorben wäre. Naja. Gut, hier unten befindet sich tatsächlich das nächste Dorf, was wir besiedeln lassen könnten. Was tatsächlich auch ziemlich sicher aussieht. Also ich sehe bisher nicht wirklich viel, was da in Flammen aufgehen könnte. Allein schon da, ne, es ist ja auch ein Steinboden. Was sich hier ändert, sobald hat ein Dorf dort existiert, ich weiß. So, und jetzt wollte ich nochmal kurz gucken, wo war denn das letzte? Wo ist denn hier noch eins gewesen? Also das ist klar, ne? War das hier hinten irgendwo? Ah ja, guck mal hier. Das ist ein bisschen, ein bisschen versteckt dorthin. Oh mein Gott, sind hier viele Feuerbäume? Das müssen wir auf jeden Fall weg, wegbewegen. Schau euch das mal an, das ist ja ein absolutes Totengebiet. Das wird also noch spannend. Da müssen wir wahrscheinlich die Leute hinschicken, währenddessen das Ganze nicht in Flammen steht. Und was ich jetzt auch gerne mal schauen wollen würde, wo ist eigentlich der Eingang, den wir später nutzen sollen? Den habe ich nämlich bisher auch tatsächlich noch nicht gefunden. Kann natürlich aber auch sein, dass der sich unter Wasser befindet oder so. Hm. Übrigens, wir könnten dafür sorgen, dass hier ein bisschen Wasser reinläuft, glaube ich. Ja, weil dann würden, dann wären automatisch die Bäume schon gelöscht. Oh, das ist gerade so abgetrennt, ne? Ach, so ein Mist. Was, wenn wir einfach... Hm. Noch ein bisschen was wegnehmen. Als ob das nicht ausreicht. Das schwappt echt nicht über, ne? So ein Mist aber auch. Naja, gut. Okay, ähm. Wie geht's denn den Dörfern? Also, wir müssen ja eigentlich nur auf zwei achten derzeit, was ja ganz angenehm ist. Und ich würde jetzt tatsächlich auch schon sagen, dass wir mal das Dorf der Verdunstung auch direkt mal versuchen einzunehmen. Ne? Sollte ja kein so weiter Weg sein. Ich glaube... Warum gehen die hier? Leute, ihr könnt auch hier rüber gehen, glaube ich. Ihr begebt euch eigentlich gerade nur eine unnötige Gefahr, indem ihr den Weg nehmt. Aber okay, das ist, äh... Das schafft ihr schon, ne? Ich habe ja immer noch die Feuerlösch-Blablabla-Zeugs. Habe ich auch noch im Gepäck. Und so muss sich wenigstens nichts ändern. Und da läuft tatsächlich auch permanent Wasser runter. Das heißt, die Bäume können vielleicht sogar gar nicht aktiviert werden. Wäre zumindest ein Gedanke, den ich sehr mögen würde. Guck mal, die kommen da ganz entspannt hin. Nächstes Dorf ist dann also auch schon mal eingenommen. Ich bin mal gespannt. Hier müssen wir uns vielleicht drum kümmern. Ich weiß es nicht ganz, ne? Die Steinfläche sollte sich jetzt umwandeln zu... Ja, einem fruchtbaren Boden, sag ich mal. Auf dem Bäume angepflanzt werden können. Das heißt, wir haben von beiden Seiten aus halt... Ja, Feuerquellen. Also mal schauen, ob wir das Dorf halt einfach woanders hin platzieren dann. Je nachdem, ne? So, Leute. Dann zeigt mal her, ne? Okay. Ja, kann man mitarbeiten. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich doch gar nicht so ungefährlich. Ähm. Müssen wir mal schauen. Ich muss halt schauen. Okay, wenn du hier ein Dorf errichtest, kannst du die Bäume des Feuers versetzen. Oh! Aber meinten die das, was ich gerade genommen habe, oder das Dorf dort? Weil wenn wir es jetzt schon können, das wäre ja super. Ne, okay. Oh, mein Gott. Feuerbäume versetzen. Ich setze die an den letzten Ort der Welt. Oh, guck mal. Da ist der Eingang. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber kann ich das jetzt schon versetzen? Ne, leider nicht. Okay. Also müssen wir erst das Gebiet einnehmen. Kein Problem. Ne? Wir versuchen das Ganze einfach mal demnächst. Aber erstmal würde ich gerne dafür sorgen, dass alles hier ein bisschen weniger gefährlich gestaltet ist. Dafür werde ich mir mal ein paar Wasserbäume zur Hand nehmen. So. Weil das ist mir einfach ein bisschen zu gefährlich hier. Okay, das scheint gut zu löschen. Wie gesagt, lieber zu viele nutzen, ne? Wir haben ja genug, als dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie daran drauf zu gehen an dem Ganzen. Dann geizig lieber weniger. Guck mal, hier oben sind auch noch welche. Die können wir zur Not auch noch platzieren. Das ist also eigentlich im Endeffekt das einzige Dorf, was wir derzeit nicht aktiv beschützen müssten. Wie gesagt, was mit dem Baum hier unten passiert ist, habe ich keine Ahnung. Der, keine Ahnung, der regeneriert sich nicht. Was natürlich zu unserem Grund... Ne, das ist natürlich super. Aber mal schauen. Gut, jetzt werde ich erstmal ganz kurz analysieren müssen, wie wir da rüber kommen. Der beste Weg wäre natürlich, ähm, einfach in der geraden Linie, ne? Also halt einfach ein bisschen Sand nehmen und dann hier in der geraden Linie rüberstrapoizieren, keine Ahnung, rüberlaufen, rüberwuseln. Was auch immer ihr hier sagen wollt dazu. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal ein bisschen Sand. Ich hoffe, wir haben dafür auch genug. Ah, warte mal, ich muss das da ein bisschen beobachten. Das scheint aber soweit ganz gut zu klappen, glaube ich, oder? Na, komm. Lösch dich schon, Feuer. Ja, doch, das klappt. Sehr schön. Gut. Dann brauche ich ja nicht verzweifeln. Oh, wie lange das dauern wird, jetzt genug Sand hier zu holen. Das wird ewig dauern. Hm. Mir ist gerade mal aufgefallen, hier ist ein Staudamm und so ähnlich. Also theoretisch könnte man diesen Staudamm brechen. Und dann können die Bäume da nichts auslösen. Problem ist nur, ich weiß nicht, wie hoch das Wasser fließen würde. Und im Endeffekt würde es uns das alles nur verschwern. Und solange wir keine Probleme mit dem Wasser haben. Also ich sag mal so, wenn da ein Feuer ausbricht in diesem Dorf, ausbricht in diesem Dorf, weil die Bäume irgendwie nicht gut genug sind in dem Moment, da würde ich es definitiv als eine Sache ansehen, die man mal ausprobieren könnte. Dass man einfach mal den Staudamm durchbricht hier und dann, ja, dann können das ja nicht weit genug vordringen, das Ganze. Ich find's aber sehr interessant, wie die Vegetation deswegen ja immer wieder zurückgeht, ne, weil die Bäume verbrennen ja nun mal. Was ja nicht so gut ist. Und deswegen verschwindet die Vegetation immer mal wieder ein Stück weisen. Aber regeneriert ja auch wieder, ne? Das heißt, müssen wir mal schauen. Alter, ich bin auch ein bisschen dumm, oder? Ich könnte doch theoretisch auch einfach das Wasser hier raussaugen. Ich glaub, das dauert vielleicht ein bisschen lang, ne? Ja, ich weiß halt auch nicht, ob da Grundwasser ist, ne? Ich will auch nicht, dass das da hinten überschwappt. Eine Stelle können wir auch nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob das gerade was bringt. Ich werd's mal ein bisschen weiter hin, ne, ich werd's mal weiterhin ein bisschen versuchen, aber bisher sieht's nicht danach aus, als ob der Wasserspiegel irgendwie auch nur ein Teil senkt. Der sinkt halt kein bisschen, glaub ich. Na gut, okay, ist nicht so schlimm. Dann werd ich weiter mit dem Prinzip verfahren, was ich jetzt eh so oder so genommen habe. Wo ich gerade auch am überlegen bin, wir könnten ja theoretisch auch einfach Verdunstung nutzen, ne? Also, wenn ich die Leute hier schon mal hinstelle, dann schaffen sie es ja hoffentlich schnell genug, um in der Verdunstung, sag ich mal, da rüber zu laufen. Ich mach aber trotzdem Weg hin. Mir ist das zu unsicher. Das geht immer nur eine Minute und manche brauchen immer länger. Manche trönen immer ein bisschen, legen noch eine Toilettenpause ein, währenddessen sie noch auf dem Weg sind. Das ist halt, ja, dem kann man nicht ganz vertrauen hier. Das sieht doch schon mal ganz stabil aus bisher. Da noch ein bisschen was. Wir haben ja hier genug Sand rumliegen. Sage ich jetzt einfach mal, würde ich mal behaupten. Also Dörfer funktionieren alle. Noch. Hoffentlich bleibt das auch so. Von daher mach ich mir da einfach mal gar keine Sorgen jetzt. So, weiter Sand. Ich fühl mich grad wie ein Bagger. Tägliche Aufgaben und Leben eines Baggers. Das wäre doch ein Buch, oder? So. Einmal hier rüber. Guck mal, haben's doch gleich. Das sieht doch schon mal nach einer sehr, sehr guten Brücke aus, tatsächlich. Die zwar sehr dünn ist, und es braucht auch nur eine Welle, dass das Ding wieder komplett unter Wasser liegt, aber noch funktioniert's ja. Die ist ja Gott sei Dank auch nicht wirklich... Das ist ja Gott sei Dank auch nicht wirklich irgendein Strom oder irgendwelche Wellen. Das sieht doch... Das sieht doch okay aus, ne? Gut, jetzt ist natürlich nur die Frage, können wir an diesen Bäumen aus Versehen sterben? Ich werd das auch gut teilen müssen, dass das Feuer hier... Guck mal, das ist gerade weg, dann lass ich die jetzt da runter gehen. So, hin da mit euch. Der Weg ist gebaut. Also, macht euch auf den Weg. Danach können wir dann die Feuerbäume versetzen, was uns, ähm, sehr zu Gunsten kommt. Wir werden die dann halt einfach, weiß ich, irgendwo hier hinten, hinter den Berg oder so packen. Vielleicht auf den Berg sogar. Da, wo halt keine Pflanzen wachsen am besten, damit auch weiterhin kein Brand möglich sein kann. Und dann mal schauen, ne? Oder halt irgendwie in ein Gebiet, wo halt einfach sehr viel Wasser ist. Irgendwas davon wird schon gehen. Oh, oh, warte mal. Was ist denn hier das Problem? Hä? Warum hatten die gerade so Schiss? Hä? Leute, es ist nichts passiert. Okay. Ja, das war, das war ein bisschen komisch. Zugegeben. Aber okay. Ja, klar. Warum nicht? Ich bin aber mal gespannt, ob wir immer nur einen Baum wegnehmen können. Oder ob wir wirklich alle nehmen können. Das muss ich halt mal schauen. So, ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie so dumm sind und sich automatisch in Brand setzen, weil sie halt unter dem Baum entlang gehen. Okay, das scheint zu gehen. Sehr gut. Wie gesagt, ich halte mal das Dorf da hinten im Blickwinkel. So. Und dann sollten wir jetzt eigentlich Bäume wegsetzen können. Sobald das eingenommen ist hier. Und das müssen wir auch sofort tun, weil hier entsteht jetzt Natur und die wird direkt entfachen. Eigentlich so ein dummes Gebiet, um zu leben dort, ne? Wirklich. Ich verstehe vielleicht das Problem. Da drüben sind halt die Bäume leer. Du kannst nun Bäume des Feuers entwurzeln und umpflanzen. Dankeschön. Äh, du kannst die Bäume des Feuers bewegen. Auch wenn diese Bäume sehr gefährlich sind, so helfen sie dir doch dabei, Wasserläufe zu kontrollieren, indem sie das Wasser verdunsten lassen. Nee, das juckt mich nicht. Ich komme mit Wasser besser klar als mit Holz. Äh, mit mit... Mit Holz, ja, ist klar. Ich komme mit Wasser deutlich besser klar, als mit verdammt nochmal Feuer. Die hier werde ich auch mal kurz wegnehmen, alle. Die kommen hier alle schön hinten irgendwo hin, wo die keine Sau interessieren. Und dann können wir uns tatsächlich auch schon auf den Weg machen, um, ähm... Warte, so, den noch. Da können wir uns tatsächlich auch schon auf den Weg machen, um die Stelle da zu besiedeln. Oh, fuck, fuck, fuck. Äh, vier war das, ne? Oh, shit, da sind gerade ordentlich Leute gestorben, glaube ich, bei. Ich hätte mich vielleicht erst mal darauf fokussieren sollen. Leben noch genug? Gut. Besser ist es. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann leider auch nicht schneller. Und ich möchte hier halt, wie gesagt, erst mal wohin platzieren, wo die auch wirklich keinem was tun. Komm, schau, komm, schau. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, den hier. Das sind so viele, ne? Ich muss mich echt mal ein bisschen sputen hier. So, aber gleich sind alle weg und dann haben wir unsere Ruhe. Hoffentlich. Da wächst ein Baum auf der auf der Brücke gerade, habe ich gerade gesehen. So. Der vorletzte und danach ist alles frei von Feuerbäumen. Und die können hier mal schön ja, eingehen in der Ecke. Ach, schön. Oh, das fühlt sich doch es fühlt sich auf einmal so sicher an, alles. Das ist schön. Wie läuft es denn da hinten? Hier ist auch kein Feuer mehr ausgebrochen. Wir sind eigentlich in einem sehr ja, wir sind jetzt tatsächlich in einem sehr guten Gebiet. Uns kann nichts mehr passieren, so wirklich. Die Bäume sind alle hier. Stehen hier rum. Juckt kein Mensch. Ich finde die Brücke übrigens echt cool, die wir da gebaut haben. Die sieht, die sieht so dünn aus, aber die funktioniert halt und das ist, das ist das Wichtigste, ne? Das ist schwer, jemand mit einer Krücke unterwegs. Ob die das aus stylischen Gründen machen oder ob die, ob die die brauchen. Hm. Gut, ich würde sagen, wir haben hier tatsächlich alles abgeschlossen. Das Einzige, was mir einfällt, was man jetzt hätte noch machen können, wäre wahrscheinlich die Vegetation nochmal ein bisschen weiter hochschrauben und ich bin gerade auch tatsächlich am überlegen, ob ich das mal versuchen sollte. Ja, Leute, klettert einfach den Berg hoch. Was ist denn euer Problem? So, dann platziere ich die Art um. Ist doch okay. Entspannt euch, Leute. Wo bleibt das Wasser jetzt da drin? Schau, das kann nicht abfließen, ne? Da muss ich tatsächlich mal dafür sorgen, dass hier auch nichts überflutet. Ah, warte mal, da oben ist ja auch noch ein Dings. Das können wir noch kurz einsammeln. Hätte ich fast vergessen. Dann können wir noch jemanden hochschicken, dann haben wir vielleicht noch eine andere Fähigkeit oder irgendwelche Stammöserinnerungen, die wir dadurch freischalten. Was wandert der Typ da hinten rum? Seht ihr den? So, Leertaste. Ja. Dann aktiviere das mal oder lese mal die Ornamente oder so. Was auch immer die da machen. Geschichte aus der Stammöserinnerung, Vegetation. Genau. Das ist doch gut. Und wie jedes Mal vergesse ich schon wieder, wie man reinzoomt auf eine Person. Das ist jedes Mal dasselbe mit mir, ne? Muss ich gleich nochmal schon nachschauen. Ich vergesse es jedes Mal. Aber gut, ich denke, ich bin so zufrieden hier. Wie gesagt, man könnte wahrscheinlich noch die Vegetation so gut ausweiten wie möglich. Ja, weiß ich nicht, ob ich das noch machen möchte, weil im Endeffekt wüsste ich jetzt noch nicht ganz, wie wir das noch machen sollen. Wir müssten halt das Gebiet hier halt komplett mit Flammenbäumen und so voll machen und das ist schon überflutet, also wird das eh nichts und ich will jetzt nicht riskieren, dass wir deswegen noch drauf gehen. Dementsprechend schicke ich da jetzt aber Leute hin und wir gehen dadurch dann in das neue Gebiet hinein. Oh, warte mal, ihr kommt da nicht hin. Nein, nein, warte mal, da ist überflutet. Leute, merkt ihr das nicht? Äh, Verdunstung war was? Zwei. Machen wir die Verdunstung mal an. Könnt ihr rüberlaufen. So, macht euch auf den Weg, los. Schnell. Was ist jetzt schon wieder das Problem? Ja, was ist los? Warum, was ist mit euch? Hä? Warum, warum, warum rufen die nach Hilfe? Die, die haben doch, die haben doch die Brücke dort. Was ist denn mit denen? Jetzt sammelt euch da mal und dann ist gut. Verdunstung hält ja Gott sei Dank noch ein bisschen an. Ist ja das Gute. Guck mal, hier wächst tatsächlich auch noch mal ein bisschen was. Vielleicht schalten wir dann doch noch mal die Vegetation in der Zeit frei. Ich glaube, man braucht, glaube ich, ein Dreiviertel ungefähr. Da sind wir ja fast. Ich glaube, bis dahin sind auch schon alle Leute dort angekommen. Komm schon, komm schon. Dreiviertel. Das wird schon. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Na, okay, ich glaube, ich glaube, das wird nichts mehr. Na gut, es flutet nämlich gleich wieder alles. Aber wo, das bleibt ja jetzt erstmal so. Ne, doch nicht. Da ist der Wasserfall, ist ja, ist ja frei. Ich wollte gerade sagen, wollte ich mir jetzt erzählen, dass da nur vier Leute angekommen sind, aber der Rest kommt gerade noch. Du hast die Palmen über einen weiten Bereich dieses Gebietes verteilt und damit Tiere angelockt. Du breitet die Palmen weiter aus. Ah, guck mal. Okay. Also haben wir doch noch ein paar Tierchen hergeholt. Was sind das für welche? Sind das andere? Ne, das sind wahrscheinlich die standardmäßigen Isopods. Okay, warte mal, bevor jetzt alles in Flammen geht. Ich gehe dann lieber ins neue Gebiet. Uiuiui, das war knapp. Da sind gerade noch ein paar Leute verreckt, ne, aber gut. Müssen die jetzt schauen. Ich werde mich jetzt erstmal verpieseln hier. Ich werde jetzt ins neue Gebiet hereinrasseln. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses aussehen wird. Holy shit, das sieht cool aus. Oha, was ist das für ein hübsches Gebiet? Ist das Schnee oder ist das Sternpulver? Keine Ahnung, was ist das? Wellen. Du hast eine neue Karte für den Aufgabenmodus freigeschaltet. Auf diesem lebendigen Boden wachsen Bäume des Wassers und Bäume... Was? Warum bekämpfen sie sich diesmal nicht? Die alten Höhlen sich entschweigen. Wie kann Feuer Leben spenden? Die alten Höhlen sich entschweigen. Was? Was? Dadurch, dass ich das immer so schnell vorlesen muss, aus dem Grund, weil halt das Ganze immer direkt... Die Dialoge halten halt nicht lange an hier. Dadurch verstehe ich manchmal gar nicht wirklich den Zusammenhang mit der Geschichte hier. Okay, wir haben hier tatsächlich sehr viele Dörfer. Oh mein Gott, was ist da denn los? Okay, das sieht unnormal, unnormal gefährlich aus, was da gerade vor sich geht. Wie kann man das denn verhindern? Das ist halt so eine Bodensenkung, die da jedes Mal eintritt, durch die Teile wahrscheinlich. Der Knallbaum explodiert bei zu großer Hitze und hinterlässt einen Krater. Ach du Scheiße. Warum begeben wir uns eigentlich immer mehr in irgendwelche gefährlichen Territorien? Das ist doch komplett... Warum? Ach das ist krass. Also der Erdboden, der atmet sozusagen. Das ist sehr interessant. Ich weiß aber nicht, wie wir da jetzt was gegen machen sollen, wenn wir da mal ein Dorf haben. Das werden wir wahrscheinlich zuletzt einnehmen können. Naja, na gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bin sehr gespannt, was uns hier sonst noch erwarten wird. Außer ein beemender Boden, explodierende Bäume, Feuerbäume, Wasserbäume. Es kommt alles dazu. Das ist alles sehr gefährlich. Ich habe wie gesagt keinen blassen Schirmab, warum wir uns überhaupt auf solchen Inseln niederlassen. Aber gut, wir machen es einfach mal. Wir schauen mal, wie es läuft. Wir haben ja normalerweise immer ab und zu mal ein paar Tools dafür, dass wir das Ganze erfolgreich, sag ich mal, umgehen können. Aber ja, mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von Throne Dust. Hab noch einen wunderschönen, staubigen Tag. Lass eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.